Willkommen zurück zu Overwatch! Mit dabei ist der Dungsa. Der Klaver wird eine Weile brauchen. Eine Weile? Eine Weile. Wir wissen nicht mal wie lange. Und ich habe mich momentan auf Gold hochgespielt. Und du bist ja immer noch Platin. Wieder. Oder wieder Platin. Gut, was nehmen wir denn Angriff? Zwei Tanks haben wir? Ne, doch nicht. Einen Tank. Wenn du überhaupt Reinhardt hast, dann mach einer. Ja, weil ich... Ja, sehr schön. Ich mach's... Ich... 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 Irgendwie... Ich kann's... Ja, Murky... So, ein Second Tier wäre cool. Ich habe so ein ganz blödes Gefühl, dass der das nicht spielen wird. Und ich habe so blödes Gefühl, dass meine Legs wieder anfangen. Da nennt sich einer Defekt. Mit Doppel-F. Und der Andere hat zu... Ja, ich wollte gerade sagen, und der Andere hat zu viel Devil McRae gezackt. War aber ein gutes Spiel. Ja. Wie? Ja, das klingt nicht begeistert doch. Doch, doch. Ja. Teil 4 fand ich jetzt nicht so aufregend. Teil 4, Teil 4. War das mit, äh... Äh... Virtual Zone? Ach nee, das war Teil 4. Stimmt, scheiße. Ich meine Teil 5. Teil 5, Teil 5. Wo Dante ist der Juni? Ja, ja, ja. Ja, ja. Boah... Da kann man nur so sehen. Ich bring die Fakt sich an ihren Bestimmungshofer. Oh Gott. Na, ist ich hab' mir zu gekült. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was ich schon gemacht habe, aber sie war nicht weg. Oh leil, ich wollte die gerade weghauen. Die rennt genau, was sie jetzt rennt, die ist genau in meinen Hammer reingesprungen. Kann ich schon kriegen zu heilen. Ich habe Ulti-Up-Nervals, ich habe die martirische Lexer, aber die kriege ich jetzt noch. Wir spielen gerade zu 5. Ja, der Besten ist mehr oder? Nice! Wo ist denn die alter? Da... Jetzt sie weg. Oh, ich auch gleich scheiße. Was? Achso. ich hab dich nicht gesehen oder was also wir laufen hier gerade ganz gut durch muss ich sagen ja doch das war aber auch der bäschchen der positioniert sich relativ gut so dass er reinballern kann aber auch die earthwork ist oh ich bin halt nicht da fuck lol wo ist denn hier da oben lol was ist denn los hier ist immer so anstrengend so hier komm, hau ab tschüss na komm hallo teil beweg dich na danke ziemlich spät aber es geht oh Gott aber wo ist denn dieser junkwrap ja Gott ich bin weg verdammt he lauf Highlight Oh Gott Okay, die hätte ich jetzt eigentlich so runtergehammert Aber von mir aus gerne auch mal nicht Oh Gott Nein, 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 nein Wo ist er? Wo ist er? Nice, super nice Oh Gott, ich wollte gerade die Granate auf alle werben Mach einen Abflug Yay, läuft Schön, das Ding Doch, alles klar Solo-Heal, ne Was? Tatsächlich Ja, ist ziemlich anstrengend, ist das Ja, klar, verstehe ich Report all Junkrat and May Äh, wie hießen die? Können wir die überhaupt reponen? Klar Wie denn? Wer war das überhaupt? Nach der Runde Ist das schon gar nicht mehr Ich hab's vergessen Oh, der ist ein zweiter Heiler Komm, sei Dank Der Bestchen macht aber seine Sache ganz gut, muss ich sagen Einer der wenigen, die den jetzt mal ausführlicher spielen können, finde ich Der stand sehr, sehr defensiv, stand der Ja, ja Und das im offensiven Angriff Ja Aber das ist doch gut so, weil die Färber, die versucht ja meistens von hinten zu kommen Und ja Du kleine Drecksau Oh, ja Peng Peng Grenate Jawohl Was? Peng, peng? Ja, ich hab schon geschossen Top for attack, let's go Nu play Wüss Top on attack Also den darf man da nicht aufs Äh, Fahrzeug lassen Ne Dann macht's schwer Angreifer in 30 Sekunden erwartet Wenn es Kriegers beste Waffe ist geduld Ich positioniere mich extra hier oben Wenn das nicht passiert Uh, ich hoffe, die können wir aufhalten Ich höre schon wieder ein Junkrat Wo ist Bastion? Da Äh Keine Ahnung Warte Oh Färber wieder Und Weeper Na, sag ich doch Ja, drei Tanks Nein Da ist ein Nichts ist Oben liegt ein, äh, Wotog Ja, ich bin down Ja, ich kann da nichts machen Ja, Taupion wollte nämlich gerade Geschütz aufbauen Ja, ja Die haben wahrscheinlich zu viele Overwatch-Plays gesehen Wo Taupion im Angriff gespielt wird Und Tyraze sogar wirklich gut winnen kannst Winnt Ja, von der Diva komme ich nicht weg Keine Chance Oh, super Äh Schütz ist laut Ich bin auf dem Weg Ich hab 81% Nein, nein, nein Och Nicht verreckt Ne, ich hatte kein Schild mehr Kann ich nichts machen Ja, ja Ich hatte so das Gefühl Die Null war schon wieder Dreimal auf Oh, ich wollte gerade schlafen legen Verdammte Scheiße Was? Lol Na gut, da habe ich jetzt Rainer ein bisschen Scheiße gespielt hier Ei, 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 ei Das regt mich eh ein bisschen auf hier gerade alles Ey, die haben nicht mal einen Heiler, haben die Was denn? Ja Lol Generell jetzt hier hat der ganze Spaß Pass auf, da ist rechts nie mehr Einer Ja, ja Ja, richtig Wie kommt denn da Kommt die da alle von hinten rein einfach Meine Güte Was macht eigentlich unser Soldier? Die könnte doch eigentlich mal die Anna töten Äh, Farah Verzeihung Anna, bist du ja Nice Jetzt wird's da um Halt die Fresse Ach, keine Chance Ich werde wieder getötet von all Wo ist denn das Team? Verrecken zu schnell Alles krass Bitte was? Oh leu Ja, was soll ich denn noch machen hier? Das bin ich hier nicht fertig Ja, geht's halt weiter Ja Alter Ja, der Weeper kommt einfach durch Links ist Topian Ja, ich bin nicht tot Oh so Weil der Weeper einfach durchrennt, weißt du Stoppt den ja keiner Ne, ich sehe schon Ja, du ja Ja, lol Warte was Ja Ne, krass Ja, weil Das ist schon mal eine scheiß Idee Ist doch nicht wahr Was soll denn das? Das will mir nicht in den Schäler rein Können sich selber heilig Spaß Ach, sorry, aber was soll ich denn machen? Ganz ehrlich, die lassen die Weeper einfach durchlaufen Und keiner kümmert sich um die Färber, weißt du, also Die haben nicht mal einen Heiler gehabt Aber wir kriegen die nicht tot, ey So lächerlich Ich will's Ja, die gehen Ja, die gehen Oh fuck Muss ich mal noch bei ihnen hier Komm schon, Mercy, komm Geht doch Der war halb tot Ja, mich auch Oh Powered out Sehr hoch Danke Interessiert sich ja keiner für dieses scheiß Geschütz Die Färber ist richtig schlecht Ist noch nicht schlecht Ja, ich hab mein Schild umgehabt Meine Güte hier Och, die Dieber Ich glaub das nicht Was macht die Nossi da? Oh Gott, du bleibst ja so scheiß Felden hängen Ah, nice hier Die Masse will es nicht mal, dass man den Flug abbrechen kann Oh, ich wusste ich bis vor kurzem Augen sollten So langsam sollte man's aber auch mal Vielleicht wissen Tschüss Den hab ich Ja, einfach mal Ich steh doch hinter deinem Schild Hä? Ja, lol Oh Gott, die war älter Ernsthaft Ich, ich, ne, kann ich nicht machen Das wird wohl noch ein Sieg Haltet sie nur ein bisschen länger hin Ja, genau, die stirbt auch nicht Was? Ja, achso, die Ja, das Geschütz Alter, unten laufen drei Leute rum Aber das Geschütz geht das erste auf mich Ja Alles klar Ja, ich bin wieder gleich tot Ich hab bloß noch ihren Lebenspunkt Subi Ja, geil Es geht ja nur noch ein Heiler Und dann auf der Hertha Die Versuchte Ja, auf der Nee Der Tod ist wunderbar Gegnerisches Geschütz Ich glaub, wenn ich komm, der ist nicht durch, ey Na Ja, natürlich Guter Winston Kriegt immer den Geschütz kaputt Ja, lol, lol Ich auch nicht Ja, weil er nicht fair war, aber der war ja nur gegen das Geschütz, den Torbjörn Ja, jetzt geht der wieder auf Heiler, ey Will ihr mich verarschen? Also ihr seht, hier sind richtige Idioten teilweise dabei Ja, aber hallo, ey Die kommen echt durch, ey Mit Verlängerung Drei Punkte Wie muss ich das denn erzählen? Nein, ich bin am Medipack vorbei Ja, natürlich Feuer frei! Loll Ja, geh, geh, alter Jut Der Tod ist unter euch Spieler melden Na, als wenn man MAPK melden Ähm Einfach das Tüten verlassen Wage quit Ja, das ist halt Wenn man solche Idioten hat Also ganz ehrlich Das ist nicht normal Die Typen, die haben auch ein Trollteam Die haben nicht mal einen Heiler gehabt Und wir kriegen nicht einen von denen tot Das ist doch lächerlich No Also Ja, nice Jetzt haben wir eine Widow in Attack Wird all reported Hier ist was los Geilig Ich genieße diese seltsamen, schönen Momente der Ruhe vor dem Stuhl Oh, mich hat eine Scheiß Äh, sind nicht dran Pfoten gehabt Ja, jetzt haben die auch noch einen Bäschen Wo steht der? Ach, hinter der Wand da Ja, wo kommt der Leiner denn her? Lol Oh, oh mein Gott Gott sei Dank hat Blizzard das, äh Liba-Systeme bearbeitet Liefert man einmal dein Game, kriegst du erstmal die Sperre Naja, super, es bringt auch nicht viel Ja, doch Das macht dann super komplett weg Ja, hoffentlich Ja Ey, zwei Raketen sind schon normal Dafür müssen wir auch überarbeiten Allein die Explosion macht ja schon ganz ganz schade Direkter Treffer auch Naja Die muss ja gar nicht direkt treppen So viel Schade Naja, super Nein, nein, nein Oh, nice Brrrr, war das knapp Steht hier wieder da hinten in der Ecke Ich geh dem Bäschen steht jetzt oben Ja Ich hab nichts Ich hab nichts Ich weiß wo der steht Ja Ja, dumm Laufenschlampe Scheiße, Patriarch Haste, Lous NEIN! OOOOH! Ein HINNPunkt, Senyatta! Oh Gott! Ja, und der Nächster liegt. Da bekommt er auch noch eine Sperre. Na, das ist der Troller. Ja, der Highlight. Super. Kann ich mich nicht drüber freuen. Pfff! Tja, wie gesagt, da seht ihr ja liebe Leute, so geht es in den meisten Fällen momentan hier sogar bei uns zu. Und das nicht zu knapp. Da braucht man sich eigentlich auch nicht wundern, dass man hier so wirklich nicht vorankommt. Blizzard hat da generell ziemliche Scheiße gemacht, finde ich, was das Ranked System angeht. Aber, na gut. Blizzard muss das Bestrafungssystem hart überarbeiten. Ne, das auch. Das muss Blizzard hart überarbeiten, ansonsten sehe ich schwarz für das Ranked System hier. Ja, das auch. Es ist allein schon, guck mal, du kommst mit Stufe 25 in Ranked rein und dann kannst du aber alle Hellen spielen. Ist meiner Meinung nach total falsch. Ja. Ich sage mal, wenn du irgendwo einen Hellen gespielt hast in der Schnellsuche, was weiß ich, insgesamt zehn Stunden ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber du wirst wenigstens dann wirklich wieder funktionieren. Normalerweise brauchst du gerade mal ein, zwei Stunden vielleicht, wie er wirklich laufen soll, der Held. Weißt du? Ja, aber trotzdem normalerweise zehn Stunden für so einen Held, Schnellsuchespiel. Vorher darfst du ihn im Ranked gar nicht verwenden, würde ich sagen. Ja, wäre besser. Anstatt hier Stufe 25. Oh, ich kann den Ranked, ich kann jetzt alle spielen am Arsch. Blizzard, Alter, fix das mal. Vor allem, das ist ja dann, wird ja nicht nach dem Level entschieden, wie viel Spielerfahrung du hast, dann einfach nur nach dem Rang. Das heißt, du kannst ja mit 25 sein und Platin sein und spielst dann gegen Level 300, da hat die deutlich viel mehr Erfahrung haben als du. Ja, klar. Aber wie gesagt, das ist das, die müssten das wirklich so machen mit die Hellen. Ja. Zehn Stunden wenigstens, dass du dann erst diese im Ranked spielen kannst. Hm. Na gut, genug aufgeregt. Wir sagen Tschüss von hier aus und vielleicht in der nächsten Folge von Overwatch. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.